Im ersten Stock sind dann die ganzen Mappen. Wann wer abgeholt wird, sieht man dann hier. Steht dann alles komplett. Von Schauungsland, ITS, Leckermann, Bucher, Tool ist mit drauf dabei, Ben-Tours ist auch mit drin dabei, V-Tours ist hier. Alles, was man möchte. Hier noch viel weitere. Hier seht ihr auch immer die ganzen Ausführungen, was man buchen kann. Und gleich Massekosten. Da hat man gleich alle schön mit dabei. Und hier sieht man die ganzen deutschen Veranstalter auch mit dabei. Bei Öka ist auch mit dabei. Da kann man über alle Veranstalter schildern.